Assalamu alaikum meine lieben Geschwister. Heute wollen wir uns mit der zweiten Sache beschäftigen, welche einen Menschen retten wird, in dies Zeit und im Jenseits. Unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er sagt, wal qastu fil faqri wal ghina, das Mittelmaß, die Ausgeglichenheit, in Armut sowie in Reichtum. Unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er spricht hier eine Eigenschaft im Leben eines Muslims an, die er in allen Lebensbereichen benötigt. Nicht nur in Bezug auf sein Vermögen, wie der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hier anspielt, sondern wirklich in allen Lebensbereichen. Allah ta'ala, er spricht über diese Ummah und er sagt, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَى Und somit haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht. Wir sind eine Gemeinschaft der Mitte in allen Bereichen. Wir versuchen, jeder Sache ihr Recht zu geben. So, wie es Salman al-Farisi zu seinem Bruder Abu Dardar gesagt hatte, als dieser in der Ibad übertrieben hatte. In dem er nämlich sagte, deine Familie hat ein Anrecht auf dich. Dein Körper hat ein Anrecht auf dich. Deine Gäste haben ein Anrecht auf dich. Dein Herr, Allah, hat ein Anrecht auf dich. فَاَعْطِي كُلَّذِي حَقِّن حَقَّ So gibt jeder Sache ihr Recht. Und als dann Abu Dardar zum Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, mit diesen Worten ging, um sich eigentlich über Salman zu beschweren, bestätigte der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, die Worte Salmans und sagte, شَبِعَ سَلْمَانُ إِلْمَا Salman ist gesättigt vor Wissen. Er hat die Kritikung verstanden. Er hat verstanden, worum es geht. dass ich diesen Weg der Ausgeglichenheit, den Weg der Mitte in allen Lebensbereichen beschreite. Gerade auch, wenn es um das Thema Vermögen und Finanzen geht, wo viele Menschen entweder übertreiben oder untertreiben. Einige Menschen sind besonders knauserig, geizig. Allah subhanahu wa ta'ala, er warnt uns davor. Andere sind wiederum besonders verschwenderisch. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns im Koran auf, dass wir genau den Weg der Mitte gehen sollen. وَلَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِقْ Lasst deine Hand nicht sozusagen an deinen Hals gebunden sein, indem du die ganze Zeit nur versuchst, dein Vermögen festzuhalten. وَلَا تَبِسُطَهَ كُلَّ الْبَسْتَ Und strecke sie nicht vollständig aus. An anderer Stelle im Koran zeigt Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Gottesfürchtigen, die sogenannten Ibadur Rahman, weder Leute sind, die alles ausgeben, was sie haben, noch alles zurückhalten, sondern sie gehen einen Weg dazwischen. Ich habe immer Geld für die Bedürftigen, weil Allah subhanahu wa ta'ala dies von mir so verlangt hat. Allah ta'ala, er spricht immer wieder über die Gleilgüben im Koran und er zeigt auf, dass sie spenden, in guten wie in schlechten Zeiten. Jene, welche in guten und in schlechten Zeiten spenden. Wer ist damit gemeint? Die Mutterin, die Gottesfürchtigen. Und das ist genau das, was ich anstreben sollte, dass ich weder verschwenderisch bin auf der einen Seite, mein Geld verprassele, Ausgebe für Dinge, die keinen Nutzen bringen, oder auf der anderen Seite, dass ich nicht geizig bin gegenüber mir selbst, gegenüber meiner Familie. Das ist der Weg der Mitte, den uns der Islam aufgezeigt hat, in Bezug auf unser Vermögen, aber auch in Bezug auf alle anderen Bereiche unseres Lebens. Und wer diesen Weg geht, dem Weg der Mitte, der wird immer erfolgreich sein. Sowohl im diesseitigen Leben, als auch bei Allah subhanahu wa ta'ala, weil er weder die Grenze überschreiten wird, noch wird er das, was Allah ta'ala von ihm verlangt hat, vernachlässigen. Möge Allah ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche diesen Weg der Mitte beschreiten. Und möge Allah ta'ala uns zu Anhängern dieser Gemeinschaft, der Mitte werden lassen. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.